Heute möchten wir auf die Originalität der Supersprint-Produkte hinweisen. Hier sehen Sie einige Beispiele von Kopien und gefälschten Supersprint-Bauteilen und EWG-Plaketten. Der Einbau bzw. das In-Verkehr-Bringen von Bauteilen mit gefälschter EWG-Plakette ist illegal. Hierbei handelt es sich um eine Straftat. Gefälschte Produkte sind gefährlich für Ihr Fahrzeug und Ihren Motor und sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich auf die Originalität unserer Produkte hinweisen und vor dem Kauf von gefälschten Supersprint-Produkten warnen. Alle Konstruktionsprinzipien, Designs und die technische Ausführung der auf unserer Website aufgeführten Supersprint-Komponenten sind exklusives Eigentum und Ursprung der Supersprint-Marke, die in Deutschland und weltweit registriert und geschützt ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns über den Link auf unserer Website hier und senden Sie uns Fotos Ihrer Komponenten bzw. der EWG-Plaketten zu. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Vielen Dank.